Tachchen und willkommen hier in O-Watch. So, diesmal wollen wir nicht heilen. Letzte Folge haben wir geheilt. Das heißt, diesmal machen wir was anderes. Der wäre ganz lustig. Allerdings, Bogen schützen? Ne. Die haben wir eigentlich noch nie gezockt. Soll ich mal die nehmen? Ich kann halt einfrieren. Ich würde sagen, keine Tanks kann Unterstützung selten. Keine Unterstützung selten. Ich kann nicht jedes Mal jemanden unterstützen, den man sonst gerne macht. Oder nehmen wir mal dich. Den natürlich auch nicht. Können wir dich fortfahren. Das wahre Selbst ist ohne vorhin laufen. Angreifen müssen wir nicht sagen. Wir haben mal Zeit zum Anschauen. Macht dich unverwundbar, Haltverbindungen. Ne, ne, sehr gut. Kugel, die den erlittenen Schaden eines Gegners erhöhen. Kugel, die einen Verbündeten heilen. Okay. Lädt Energie auf, um mehrere Produktive zu schleudern. Oh, cool. Das ist cool, das ist cool. So. Ah, das ist echt cool. So. Welche heilt? L-Heilt, oder? Ich glaube, L-Heilt. Genau, L-Heilt. Halt, die durchgehend. L-Heilt, oder? Jo, die heilt. Wie lange heilt denn die? Ah, ich kann immer nur eine geben? Okay. Okay. Jo, gut. Dann kriegen wir einen. Und E ist auf den Gegner drauf. Wunderbar. Ich weiß nicht, dass ich was tut, alter. Ich kenne mich doch nicht selbst mal. Ach, das geht auch. Schade. Okay, gehen wir mal wieder zum Team. Der ist tot. So, du kriegst ein Iron hier. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar, Zielpunkt da haben wir. Wunderbar, du kriegst noch meinen Heiler. Wunderbar, du kriegst auch meine Heiler. Ja, komm her. Das mit E mache ich noch viel zu selten. Oh, verdammt, der ist gestorben. Oh, das geht doch nicht auf mich. Doch, ich lebe mich auch. Ich lebe mich immer, oder was? Ah, jetzt bin ich gestorben. Scheiße, ich hätte doch unsere Hunde machen sollen. Macht nix. Der hat sich gerade zum Panzer gemacht. Freut mich eigentlich. Widrigkeiten geben uns Anstoß zur Veränderung. B blinkt. Guck mal, cool, bis vor mir da. Ha! Das zieht mir! Ach, scheiße. Das ist so cool. Das ist eine Heiler, mein Freund. Oh, mein Gott. Wenn ich mal im Team wieder bin, dann hätte ich mal endlich mal meine Ulti einsetzen können. Wird es mal gut, oder? Was ist jetzt los? Ich bin tot? Ich bin tot. Killcam. Ach, die, die Dinge da reingesetzt. Ja, das ist natürlich keine Schlau. Das ist natürlich schlau. Von sich haben wir noch 5,5 Minuten. Das können wir nicht kriegen. Wir müssen uns mal mal sammeln. Ich bin tot. So, ein halbes war Unless. wunderbar war wieder eine einfache Runde könnte schnell die Runde aber ich schweb da schon ein Esel war der im Gegnerteam oder zum Team der war im Gegner Team oh der Schlacht wird aber einer rum die Runde 4 kills ist nice das kann man nicht anders sagen geblockter Schaden ich bin immer für geblockt eigentlich immer noch nicht schlecht 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aber einer verlässt wieder gleich Heilung gut wir waren jetzt eigentlich nicht so überragend aber bisher haben wir bestimmt gemacht vielleicht sind wir nächste Runde ja produktiver vielleicht seid ihr dann auch wieder dabei bis dahin adios bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal